So, ich weiß nicht, dass du nie von uns das nicht abweichst hast, die Richtung von Gott eingestellt bist. Aber im Gerichtshof ist der erste Zeit, bevor er eine Sonderstelle ist. Das ist schon klar, das ist der erste Zeit, bevor er eine Sonderstelle ist. Und es gibt diese zwei Länder, die ich verliebe dich. Es gibt zwei Instanten, die eine Sankt hat Bundespräsidenten und die andere Sankt hat Mundzius. So, wer von Mundzius ist, was wo er Mundzius ist, Botschafter. Das ist der Botschafter von der gesamten Teiligen Stuhl. Und die nennen sich selbst Pares. Und zwar Präsident von Mundzius heißen Pares. Und einer von den zwei ist der sogenannte Primus Inter Pares, der erste unbegleichen. Wer ist die Sonderstelle? Der Mundzius ist der Primus Inter Pares, ein Vitor. Das war halt der Vorschlag. Wie gewinnt das? Wo wo ist das noch drin? Was mir gut ist? Ich finde die Primus Inter Pares. Wird du gut? Ja, da kriege ich dann nicht an der Teichertierung. Aber warum schicken wir den Teichertopf? Aber du muss man doch nicht wirklich in einheimen, was nicht? Aber ich habe Polische Kirche, jetzt uns die eigentlich auch Fächte und Kreditiere. Und wo oben gehen, wenn es da ein bisschen Öl spricht, und wenn die Staatskirche ist, wenn man anders denkt, sie müssen sie nicht rein, sondern sie gewähren es. Das ist für Schöner gesagt. Die Kirche gewährt überhaupt, den Menschen die Möglichkeit, sie staatlich zu verfassen. Die Kirche ist auch die Möglichkeit. Der österreichische Staat ist auf kanonisch-paktularrechtlichem Kirchengrunde im äußeren Franziskirchen kanonisch-rechtlich eingerichtet. Österreicher Recht einrichtet. Und alles Recht kommt von der Kirche. Die Kirche so viel geht. Und die Staaten, den Menschen wendet, das rechte Wort, so wie es wohl gehört. Aber wie müssen wir den Staat verfassen, ohne dass die Kirche das anzunehmen, und das am Ende der Mochte von der Kirche und der Südmann vermischt wird? Äh, das geht mir zu der, das wäre unstehen. Natürlich. Aber das ist nicht theoretisch. Nein, das ist nicht theoretisch. Nein, das ist nicht theoretisch. Nein, das ist schwer unanalyptisch. Und das ist selbstverständlich, die betreffen die Kirche nicht mehr so, kann ja bedauern oder die Tür behalten. Sonst müsste man nicht, wenn der Staat auf sich, der über den, das wird man nicht drüber stehen, über den Bausten, über den Bausten, der kommuniziert wird, und das ist ja auch so. Ja, ja, ich bin schon ein bisschen zufällig. Nein, ich habe jetzt nicht gesehen, dass das nicht passiert. Ja, nein, wo passiert das nicht? Ich bin kaum alles vorstellt. Fragst du doch einmal, das ist ja die ganze Stadt. Ich habe jetzt die letzte Woche über der Menschenkönig von Spanien. Wieso die Kirche reiten hier nach vorne? Ja, ich habe das jetzt mal gesagt. Natürlich. Nein, man macht sich beim Herrn persönlich persönlich über den Bausten. ich habe das jetzt mal gesagt. warum wir das Start füßen. So was hier überfliegen. Da drinnen steht, irgendwo, ich will das nicht einsatzgeschmacken, da drinnen steht ein Wort, weil das erst da drinnen steht. der Papst kann von niemandem vor Gericht gezogen werden. Das ist interessant, aber haltet man nicht ganz so früh. der Papst, nur der Papst selbst zuständig, nur der Papst selbst zuständig, für die, wie ihn eben schon erwähnt, verfahren, von Staatsoberhaltern. also die Stasiöberhalter. Jetzt müssen wir das jetzt mal sagen, bevor Staat überreicht sein, der Sonne entsteht. Es ist das Kanon für jeden Recht. Jetzt bin ich das Staat mit der Kirche, wenn ich den Gericht verkehrt. Wenden darf nichts zu tun und könnte, ja, das soll im Staatsüberrag entstehen. Das heißt, wenn ich das ganze Konflikt starten habe, gibt es ein Klima. Ja. Das bedeutet, wenn wir eigentlich in so viel erfahren haben, dann die Eigentumsverhältnisse der Klima hat. Ja. Ja. Ich bin durch die Weile in Richtung, weil ich die Menschhebeflüge so verzockt. Wenn der aber völlig zuweilig ist, dann würde er hinfahren. Ich verstehe jetzt gerade, aber es sind seit 1404, wo die Staaten überhaupt erwähnt werden. Ja. Die Betriebswirkung von KM 1401, wo es speziell um Rechtsfeindigkeiten geht. Die Klima und Gesetze. Und wo steht das jetzt? Und geistige Streitformen zum Gegenstand haben und die Klima und Gesetze, dass man staatlich, dass sie das hat. Übrigens ein Staat, wo man überhaupt steht, das steht überhaupt nicht so. Ja. Wir haben noch nicht gesprochen, was ist eigentlich ein kirchliches Gesetz. Das ist uns ein kirchliches Gesetz. Das ist uns ein kirchliches Gesetz. Ihr kriegt uns die römische Kurve jetzt. Der Papstor hat zwar im Zwift dieses notu proprio. Mhm. Außer vor. Außer eigentlichen Bewegkonser heraus. Und das ist Kirchengesetz. Egal was da reinsteckt, das ist automatisch Kirchengesetz. Ja, ja. Wobei wird man nicht? Röm ist total schwere. Ja. Jüdisch islamisch und betrifft die Kirchensätze sowieso nicht. Glaubst du das? Mhm. Ich behaupte das, dass das anders ist. Ich behaupte, dass jeder Mensch, der registriert ist, auf dem Bild im Namen des Vaters registriert ist. Egal was du glaubst, dieser muss ich immer wieder gehen, das ist alles. Ich behaupte, aber es ist ein Patient, das ist eine gute Idee. Das ist auch schon laut, weil man sich nicht unbedingt aufgetreten ist. Man sieht das, wenn man sich gerade vorstellt, dass man sich nicht mehr schlägt, die verfügt, ich bin nicht alleine. Ja. Aber es hat dann auch das Achtzeit und das Schaden denkt, wo es dann entgegenkommt. Und es sieht, das ist auch schon, wenn man auch schon die Grundlage gehört, die Aufschlüsse der Staat sind. Und es ist auch so, dass man sich nicht anschliegt, weil man sich nicht mehr so lange um die Kinder, die Kinder, die Menschen, die Kinder, die Kinder, die Kinder, ... ... ... ... ... ... der Mensch, hinter einer natürlichen Person, das Recht zu geben, bis der Pasta zwischen Vater sterben wird, das ist der Pasta, ein Konglomerat aus Kirchenrecht und nationalrechtlichem Staat. Der Pasta zwischen Jüdisch aufgewachsen ist, jüdische Eltern, jüdische Strukturen eingeboren, vielleicht in Israel, mit dem Pantikamiloraten zu tun, die sich in die Osten unterwerfen. Wo siehst du das? Dort, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche? Der Pantikamilor, der Pantikamilor und der Patriarch von Jerusalem, Wormdorf, vor zwei Jahren oder so, der ist der Staat, der in der Land, in der Kirche. Was ist denn so? Und wie ist es? Wenn man einen Internetanschluss hat, wenn man einen Zeitung nicht offen gehen würde, von dieser Runde greift, wenn man eine Autorgnung gebrochen kann, ist er ein Rechtssystem mit von dem Pantikamilor, ein Ig Laz, in der Kirche, das ist ganz anders. Wir wollen die Ärzten nicht einfach nur, sondern wir wollen, dass sie alle Menschen die in einem Bibelkontext mit ihren Potsdamfund, in dem Tatsachen kommen. Jetzt, was man da ist? Und wenn man ein R Ultschieffchen kommt, er muss aber stehen bleiben und der hat auf der Kirche um so ein Schult. Wir brauchen aber gar nicht gern, dass sie körperchen wird, oder andere es gibt. Nein, 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 nein. Es ist genau alles, dass es gespielt und dieser Spüler, in der anderen CO2, in ihrem Stuhl oder in der Kirche, mit der mystabolischen Kirche, es ist ganz anders. Die katholische Kirche ist die größte Zeitkirche in der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche ist alles. Alles ist die katholische Kirche. Katholische Kirche habt ihr schon. Alles herabzahrend, alles betreffend, katholisch. Der Jesusbruch ist immer noch mal katholisch. Das ist nicht möglich. Alles betreffend. Und darunter gibt es dann die Patriachen, die einzelnen Glaubensgemeinschaften, die anerkannten Religionen, die muslimischen Juden, die Araber, die Weltunterricht der katholischen Kirche. Und es sind glaubensfrei. Und es unterschreiben alle den Namen des Wortes, nur sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht, dass es den Namen des Vaters und der Wechsel. Das Glaubens ist ein Wort Alla. Und es 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 ist ein Wort Alla. 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 Man wundert gern bei Israel, dass die drei Religionen sind. Isis, Islam, Ra, die Christen, die Sonne, Ra, und El, die Juden. Für Elohim. Es ist Ra, die Welt, die drei Atmanischen großen Religionen dieser Welt. Eine Phew, das stimmt mich noch. Da ist jetzt klar, es ist ja der Glaubens der Welt. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die Kinder sind ja auch und die Welt, die sie vorhören. Die Kinder haben das Lust. Genau. Es ist ja du die volle Testationstelle im Glauben. Und dann kannst du die erste Kinder aus. Und dann können wir eine Geschichte gehen, um die eigenen Kinder ausreinnd zu wollen. Die eigenen Kinder sind nur ausnahmisch, Weil die Kinder das Sitzchen in den Ferien holen, das ist immer ja nicht mein Gästchen. Das hat immer was. Die Akkassion der Menschen, die sonst noch mal meine Gästchen haben. Aber die im Großen sollen keinen, das ist auch meine Geschichte. Und sie sind alle gut. Wir brauchen jetzt nicht sagen, das System sollte nicht geben. Alles ganz gut. Sondern wir sollten das System verlassen, damit es gut ist. Ne, ist das eine gute Frage? Genau. Was kann ich das sagen? Ich habe mich überlebt. Und ich habe eine Frage, was ich noch nicht für ihn zu tun. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, dass das schon wieder in den Kassen sind. Nein, nicht da. Nein, nicht schon. Nein, nicht da. Das ist ein System. Was hast du dazu? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin hart. Ich bin, ich bin hart. Bei wen ist das so krass, wenn das ist... Ich bin, ich bin stolz. Wie wird es möglich, dass eine Achtung, die sich nicht mehr überfallen, wenn keiner kann, sie wird es richtig ausziehen, wenn man Sonnenbau nimmt, die immer wieder gestorben wird. Es ist ja fest, dass wir nur für die Menschen müssen. Warum? Warum ist das möglich? Ja, da brauchen wir gar nicht von mir noch das, sondern durch den Mechanismus. Da brauche ich den jetzt noch gar nicht hin. Mechanismus abschneiden, Freiheit. Warum ist das möglich? Und wie ist das möglich für alles? Das ist ja ein Problem. Das ist schon ein Trick. Wir haben eine Werbung, eine Art und ein Projekt. Wir haben einen Amtsgerecht, einen anderen Schein. Ja. Das heißt, man hat die Menschen in der Amtsgerecht, wenn man einen Amtskursiert und ausgerecht wird, dann ist man nur so aufdruckt. Ich glaube, kann man sagen, ich habe einen Falle in Kreis, die ich in den letzten Jahren versprochen habe, eine Werbung für die Medikamente oder was ich wollte, ohne den Krönte zu ihr Lungen, eine Lungen mit Zwingkeit genauso funktioniert. Ich glaube, wenn es zöchste Bier ist, müssen sie halt klar machen, dass sie von Angst gestalt manipuliert werden, aber es wird stehen nicht und muss man keinen Krieger und sagen, wie sie müssen, sie sind ja gar nicht. Und wo kann die Bier? Ja. 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 Was ist das, was du? Und man unten ist es auch nicht möglich. . Es ist niemals. . Wie macht ihr überhaupt einen Unterhaus? . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020